Musik Wir sind heute wieder an der Granewitter Allee. Diesmal geht es nicht um den Flughafen, sondern diesmal geht es um die Regionalbahn. Es soll ja die Regionalbahn da auch den Westen der Stadt und dann darüber hinaus Völz erschließen. Und wir sind im Zuge der Überlegungen, wie man denn die Bäume, die da an der Granewitter Allee sind und die sehr an Mitleidenschaft gezogen sind von der schlechten Luft, von wenig Platz und vor allen Dingen vom Salz, wie man die denn retten könnte oder wie man die Bedingungen für sie verbessern könnte. Und da sind wir auf die Idee gekommen, ob man nicht beim Regionalbahnbau gleich einen großen, langfristigen, weitblickenden städtebaulichen Wurf macht, indem man nämlich die Granewitter Allee Richtung Flughafen verlegt und damit weg den Straßenlärm von den Menschen. Und dort, wo jetzt die Granewitter Allee verläuft, die Regionalbahn, also die den öffentlichen Verkehr zu den Menschen bringen, die Autos weg von den Menschen, gleichzeitig mehr Platz für die Bäume und vielleicht sogar auch noch Lärmschutzmaßnahmen für die Menschen gegenüber Verkehr und Flughafen. Und das wird jetzt in der Stadt heftig diskutiert. Es ist natürlich nicht so einfach, wie die kleine Uschi sich das vorstellt, aber die Städteplanerinnen und Verkehrsplanerinnen haben Lunte gerochen und wir sind jetzt dabei, Clubstellungnahme zu verfassen. Und darum sind die Renate und die Uli heute mit mir auch da beim Lokalaugenschein. Und ich gebe gleich mal das Mikro weiter an die Uli. Was Sie denn so denkt zu so einer größeren Lösung? Also mir ist wichtig, dass wir eine Lösung finden, die nicht im Moment gut passt, sondern es ist klar, diese Regionalbahn wird gebaut und wird wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre kaum verändert werden. Das heißt, es braucht eine nachhaltige Lösung für die Zukunft. Jetzt kann das vielleicht im Moment manchen erschrecken, wenn man sich vorstellt, man müsste eventuell auch die Bäume wegtun und diese ganze Allee neu pflanzen. Mir persönlich wäre es allerdings lieber, als wie der derzeitige Zustand, wenn man sich diese Bäume anschaut, da auf der nördlichen Seite, dann sieht man, wie schlecht es denen geht und wie permanent Bäume nachgepflanzt werden müssen und eigentlich kaum Bäume so richtig groß werden und gesund leben können. Und ich denke mir, da braucht es einfach jetzt, wenn man so große Veränderungen macht da draußen, dann braucht es wirklich eine Lösung, die auch das mit einschließt, dass das Ganze eine Karnibiterallee bleiben kann. Da sieht man jetzt auch wieder einen Baum, der gerade kürzlich neu nachgepflanzt worden ist. Und es ist leider auf dieser nördlichen Seite so, dass durch diese Bedingungen, also wie die Bäume da wachsen müssen in diesem schmalen Streifen drinnen und belastet eben durch Verkehr, durch Abgase, durch Salz im Winter, müssen auf dieser Seite Bäume immer wieder nachgepflanzt werden, weil sie eingehen. Und wenn man auf die andere Seite hinüberschwenkt, dann sieht man diese wunderbaren großen Bäume, diese alten, die im Grunde die gleichen Lebensbedingungen haben, nur mehr Platz. Das ist der einzige Unterschied. Und die halten das aus und auf der nördlichen Seite, die Bäume halten das nicht aus. Also was mir aufgefallen ist beim Lokalaugenschein jetzt ist, wir stehen da jetzt seit einer guten halben Stunde und es ist so wahnsinnig laut, das fahren so viele Autos. Und wenn am Wochenende der Flughafen dazukommt, kann ich mir vorstellen, dass es unerträglich wird für die Anrainerinnen. Und was mir wichtig war in dem Zusammenhang mit der Neugestaltung ist Lärmschutz. Also Lärmschutz hat sicher einen ganz großen Stellenwert in dem Zusammenhang. Liebe Leute, wir haben zwar noch nicht die endgültige Planung, da wird noch viel Wasser in ihnen hinunterlaufen, bis es diese gibt. So die Bürgermeisterin und die anderen Fraktionen auch sagen, denkt drüber nach. Vielleicht schaut es am Wochenende beim Sonntagsspaziergang, wenn es jetzt wieder wärmer wird, mal vorbei. Schaut es euch die Situation an. Lasst es eurer Fantasie ein bisschen frei im Lauf. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man diese vielen Fliegen auf einen Schlag schlagen könnte. Wir würden uns sehr freuen über eine Rückmeldung von euch. Vielen Dank und ciao. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020